Die Software Telium ist bei uns nicht zum Einsatz gekommen. Das liegt daran, dass man nicht konkret auf unsere Use Cases eingegangen ist. Wir haben explizit nach einer DMP-Ausschau gehalten, um die Thematik des Aussterbens der Third-Party-Coupies für Retargeting zu umgehen, beziehungsweise eine Lösung dafür zu finden. Es ist schön, dass man uns sehr viel von der CDP versprochen hat. Das Daten an sich sammeln ist schön, auch die 360-Grad-Customer-Journey ist schön, aber es erfüllt leider nicht unsere angeforderten Zwecke. Und somit kann ich dieses Produkt auch nicht weiterempfehlen.